Hallo, ich richte mich heute mit einer persönlichen Botschaft an dich und zwar werde ich hier zeitweise als Moderatorin nicht mehr mit dabei sein. Der Hintergrund ist der, dass wir als Familie entschieden haben auszuwandern und es deshalb nicht mehr möglich ist, hier regelmäßig anzureisen. Aber ich bin unglaublich dankbar für diese letzten zwei Jahre. Ich bin dankbar für ein wundervolles Team, für tolle Gäste und vor allem auch für eine ganz tolle Community. Danke, dass du hier mit dabei bist, bei MenschGott regelmäßig das Ganze verfolgst. Wenn du Lust hast, mit mir in Kontakt zu bleiben, dann komme ich gerne bei Instagram besuchen. Ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Gute, Gottes Segen auch für deinen weiteren Weg. Bis dann. Tschüss. Ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Gute.